Hinsichtlich großer Fische teilen Taucher und Angler dieselbe Leidenschaft. Für den einen ist es das Fangen mit der Route, für den anderen die Freude, einen Moment erleben zu dürfen, der nicht alltäglich ist. Doch oft sind es die kleinen Geschehnisse am Rande, die genauso von emotionaler Bedeutung sein können. Untertitelung des ZDF, 2020 Vor nicht einmal zwei Jahrzehnten hätte man sich niemals träumen lassen, dass es einmal so schlecht um den Aal stünde. Aus einem ganz besonderen Fisch wurde eine gefährdete Art, die es vielleicht schon bald nicht mehr so zu beobachten gibt. Doch sind wir es nicht auch unseren Nachfahren schuldig, im Rahmen der Möglichkeit eines Einzelnen dem entgegenzuwirken? Auch wenn der Aal als Speisefisch vor allem geräuchert als Delikatesse gilt, sollte man sich vor dem Erwerb fragen, ob es das Ganze wert ist. Es ist nur noch ein kurzer Umdenkungsprozess zu erkennen, dass zu dem ohnehin bestehenden Mindestmaß es durchaus sinnvoller wäre, Schonzeiten, Fangbegrenzungen oder besser noch ein generelles Entnahmeverbot auszusprechen. Vielleicht gelingt es aber auch der Wissenschaft in absehbarer Zeit, diese Tiere in Gefangenschaft nachzuzüchten. Eine wünschenswerte Lösung, die aber leider noch nicht in Sicht ist. Bis es soweit ist, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden. Die durchschnittliche Größe dieses Fisches beträgt 40 bis 60 Zentimeter. Maximal werden Längen von bis zu 1,30 Meter erreicht, wobei Gewichte über 5 Kilogramm bekannt sind. Nahrungsbedingt unterscheidet man zwischen dem Spitz- und dem Breitkopf-Aal. Der Breitkopf ernährt sich vorwiegend von kleineren Fischen bis zu einer Größe maximal handlanger Rotaugen. Ansonsten stehen auf seinem Speiseplan Schnecken, Würmer, Insektenlarven und Krebse. In Europa ist er in fast allen Gewässern bis zum Ural verbreitet, wo er die Küsten und die dort mündenden Flüsse sowie deren Einzugsgebiete bewohnt. In Gewässern mit zunehmendem Wallervorkommen gehen die Bestände natürlich bedingt zurück, da der Wels ihn gerne als Beute in Betracht zieht. Außergewöhnlich bleibt dieser Fisch auch in Bezug auf seine Fortpflanzung. Nach dem Erreichen der Laichgründe in der Saragossa-See legen die weiblichen Aale bei einer Wassertemperatur von 19 Grad etwa 500.000 Eier pro Kilogramm Körpergewicht ab. Dies geschieht in Tiefen von 150 bis 500 Metern. Die Menge erscheint auf den ersten Blick astronomisch hoch, aber wenn man bedenkt, dass Aalrogen nur eine Größe von 0,12 Millimetern hat, verfliegen die Zweifel. Der Aal leicht nur ein einziges Mal in seinem Leben und stirbt nach dem Fortpflanzungsakt. Die geschlüpften Jungtiere wandern über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg in die Binnengewässer. Wenn sie die Nähe des europäischen Festlandes erreicht haben, sind sie etwa 8 cm lang. Dort angekommen, verwandeln sie sich innerhalb eines Tages von einer weitenblattähnlichen Form in die typische Aalgestalt. Nun gleichen die Jungtiere dem erwachsenen Aal in seiner Gestalt, doch es fehlt die Pigmentierung. Sie sind durchsichtig, was ihnen die Bezeichnung Glasaal eingebracht hat. Ihre typische dunkle Farbgebung setzt während des Aufstiegs in die Flüsse ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Ziel unserer Reise gilt den Steinbrüchen. Wie sich dort das Leben entwickeln kann und auf welche Arten man trifft, wir sind gespannt. Der erste Eindruck wirkt mehr interessant als lebensfreundlich. An den steilen Felswänden tut sich Pflanzenbewuchs schwer und es siedeln sich vorrangig Algen an. Wo es Flächen zum Gedeihen gibt, findet man auch andere Bubuchs vor. In der felsigen Landschaft fühlen sich Barsche und Krebse wohl. Dieses Tier hat nur eine Schere. Vermutlich ist die fehlende Zange im Kampf mit einem Rivalen abhanden gekommen. In den vielen Ritzen und Spalten haben die Krabbler ein Zuhause gefunden, wie es idealer nicht sein könnte. Immer wieder trifft man auf patrouillierende Flussbarsche in den unterschiedlichsten Größen. Zwischen den Überresten eines Baumes haben Barsche abgeleicht. In einem Bereich, wo sich Meerastwerk befindet, tummeln sich neben den Stachelrittern auch noch zahlreiche kleine Rotaugen. Sie leben dort gefährlich, denn unzählige der gestreiften Räuber lauern in diesem Revier. Wo kleine Rotaugen sind, da können die Elterntiere auch nicht fern sein. In Steinbrüchen kann also durchaus ein sehr guter Fischbestand herrschen. Ganze Schwärme der silbernen Friedfische zeigen ein beschauliches Bild. Wie dieser Sonnenbarsch hierher gelangt, bleibt sein Geheimnis. Dieser ursprünglich im östlichen Nordamerika beheimatete Fisch gelangte erst Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa und wurde zunächst als Aquarienfisch bekannt. Scheinbar fühlen sich Süßwassergarnelen in dem klaren Wasser zwischen den Algen verhangenen Steinen wohl und bilden teilweise sehr große Populationen. Die Süßwasserqualle, auch Süßwassermeduse genannt, ist eine weitere ehemals nicht heimische Art in unseren Gewässern. Sie gehört zu den Nesseltieren und besteht zu 99% aus Wasser. Sie ist die einzige Quallenart, die im Süßwasser vorkommt und für den Menschen vollkommen harmlos. Das im Durchmesser etwa 2 cm große Tier ernährt sich bevorzugt von Einzellern, Kleinkrebsen und Rädertieren. Diese werden mit den fadenförmigen Tentakeln und über 600 Nesseln am Korpusrand eingefangen. Sie lebt in langsam fließenden und stehenden Gewässern, bevorzugt in warmen Uferzonen. Auf größere Ansammlungen trifft man nur äußerst selten. Meist ist es ohnehin Glück, eines dieser Tierchen zu Gesicht zu bekommen. Immer wieder trifft man auf Krebse, die sich als wahre Kletterkünstler zeigen. Selbst über Kopf an steil abfallenden Hängen finden sie mit ihren kleinen Zangenbeinen Halt. Nicht nur in Steinbrüchen trifft man auf Störe oder Stirlets. Mittlerweile sind diese Knochenfische zu einer regelrechten Modeerscheinung geworden und finden oft unfreiwillig ihren Weg in unsere Gewässer. Der Handel mit den unterschiedlichen Arten boomt in den Zoogeschäften. Die Fische sind sehr beliebt bei Gartenteichbesitzern. Der Stirlet bleibt mit maximal einem Meter Länge recht klein im Verhältnis zu den anderen Arten. Oft werden diese Fische in viel zu kleine Teiche eingebracht und wenn sie ihrem Pfleger unliebsam werden, kurzerhand ausgewildert. Zeitgleich sind sie auch zu einem sehr beliebten Angelfisch geworden, der vorrangig an Forellenhöfen mit besetzt wird. Über die unterschiedlichsten Wege, zu denen auch gewollte Besatzmaßnahmen gehören, gelangen sie neben den Flüssen auch in stehende Gewässer. Dort, wo man auf einzelne Tiere trifft, kann man von einem ausgesetzten Gast ausgehen. Störe ernähren sich von Wirbellosen wie Würmern, Schnecken, Insektenlarven, Kleinkrebsen und kleinen Fischen. Weltweit zählt man 21 Arten, wobei in Europa vorrangig der Stirlet, der Stör und der Wackstick anzutreffen sind. Einige Störarten können über 5 Meter lang werden und mehr als eine Tonne wiegen. Oft werden solche Fische sehr alt, man geht sogar von bis zu 150 Jahren aus. In Deutschland gilt der Stör seit den 70er Jahren als ausgestorben, doch es laufen unterschiedliche Wiedereingliederungsprojekte. Der gemeine Stör, der einst auch im Rhein vorkam, konnte über 3 Meter lang werden und fiel letztendlich den unüberwindbaren Staustufen und der Wasserverschmutzung zum Opfer. Störe sind nicht für pflanzenreiche Gewässer geeignet, da sie aufgrund ihrer Anatomie Probleme beim Durchschwimmen haben. Steinbrüche können der ideale Lebensraum sein, vor allem weil sie oft schwer zugänglich sind. Wirtschaftlich haben sie somit keine besondere Bedeutung mehr und alles Leben kann sich natürlich entwickeln. Finden sich in einem Gewässer Süßwasserschwämme, kann man getrost von einer guten Wasserqualität ausgehen. Die stark korallenähnelnden Lebewesen setzen sich vorrangig auf harten Untergründen wie Holz oder Steinen fest. Sie besitzen ein Skelett aus Kieselnadeln und organischen Fasern, welches nach dem Tod fast gänzlich zerfällt. Man findet sie in stehenden und fließenden Gewässern. Es gibt keine Mit weichgekochtem Mais gelang es die Aufmerksamkeit der Grasfische zu wecken. Gierig machten sich die Pflanzenfresser über das Futter her. Ein Paradebeispiel dafür, wie sich Fische verhalten können, wenn sie noch nie einen negativen Kontakt mit dem Menschen hatten. Es sind wunderschöne Tiere, die bestens in unsere Unterwasserwelt passen. Angler, die gezielt auf diese Art fischen, wissen wie empfindlich sie einem Landgang gegenüberstehen. Auf ein Hälter in den Netzen oder speziellen Säcken sollte grundsätzlich verzichtet und der Zeitraum an der Luft sehr kurz gehalten werden. Denn mit jeder Minute, die verstreicht, dauert es beim Zurücksetzen länger, bis sich die Tiere erholen. Sollten sie sich dabei nach kurzen Schwimmbewegungen auf die Bauchunterseite drehen oder einfach nur zum Kippen neigen, ist dies noch kein Grund zur Panik. Diese Stress- und Erschöpfungserscheinungen legen sich wieder, auch wenn es einige Zeit dauert. Den Fisch einfach in der Waage halten und durch leichte Vor- und Rückwärtsbewegungen mit Sauerstoff versorgen. Unaufhörlich suchen die Graser nach den gelben Maiskörnern und wirbeln dabei den Schlick gehörig auf. Ein Schauspiel, das man stundenlang beobachten könnte, gäbe es da nicht noch mehr zu entdecken. Selbst die Karpfen können sich in einem solchen Gewässer wohlfühlen, vorausgesetzt es gibt auch flache Zonen, die sich schneller erwerben. Zonen, die sich in einem solchen Gewässer befindet. Auch Esox findet man vor, der dank seines Tarnkleides auch in die felsige Umgebung passt. Er bevorzugt nicht nur Unterstände in den Pflanzenwiesen oder im Geäst der Bäume. Die zerklüfteten Felsen eignen sich genauso gut. Eigentlich ist es doch schade, dass dem Menschen diese Welt ohne die Ausübung des Tauchsportes verwehrt bleibt. Die meisten von uns werden weiterhin nur auf die Oberfläche blicken und noch nicht einmal ansatzweise erahnen können, was sich alles abspielt. Der Fisch lebt im Wasser, eine Erkenntnis, die den meisten Zweibeinern genügt. Doch das Elixier des Lebens ist in zunehmendem Maße von unseren wohlwollenden Absichten abhängig. Gewässer sind Lebensräume, die nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten heraus zu ihrem Schutz mehr Aufmerksamkeit verdienen. Ob natürlichen Ursprungs oder künstlicher Schaffen, der Mensch darf nicht nur den Nutzen darin sehen. Wasser bedeutet Leben und ist der Ursprung aller Schöpfungen. Dieser Karpfen fällt etwas aus dem natürlichen Erscheinungsbild. Seine Farbgebung am Saum der Flossen und entlang der Bauchseite weist eindeutig auf einen Koi-Karpfen hin. Kois gibt es in unterschiedlichsten Farbvarianten von Rot bis Weiß, ja selbst in Silber oder Gold schimmernd. Solche Karpfenzuchtformen sind reine Zierfische und dank vieler Gartenteichbesitzer ebenfalls als ausgewilderte Variante in unseren Gewässern zu finden. Als nachteilig braucht man dies nicht zu betrachten, eher als schöne Bereicherung. Selbst der Wall erfüllt sich zwischen den größeren Lücken wohl und kann ganz seiner Art Beute machen. Ob Angler, Taucher oder wasserbezogener Naturfreund genießen Sie die letzten Minuten mit Silurus Glanes, unserem mächtigen Räuber. 2 1 1 2 2 4 4 5 Musik Selbst in den kleinsten Bächen und Gräben gibt es unter der Oberfläche ein eigenständiges Ökosystem. Wie intakt dieses ist, hängt vorwiegend von den Einflüssen des Menschen ab. Da die meisten Gewässer fischereirechtlich genutzt werden, kommen sie nicht mehr ohne zusätzlichen Besatz aus. Oft ist es für die Vereine schwierig, einzuschätzen, welche Arten notwendig sind und mit welchen Stückzahlen ergänzt werden muss. Es wäre wünschenswert, dass Tauchclubs, Angelvereine und Fischereiverbände stärker miteinander kooperieren würden. Ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch könnte zu einem sinnvollen, gesunden, vieler Gewässer führen. Im Sinne unserer Umwelt sollte der Artenbestand nicht nur aus den niederen Motiven des Herausfangens bestimmt sein. Die pure, sich selbst regulierende Wildnis gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Die Zivilisation hat solche Lebensräume bis an den äußersten Rand zurückgedrängt. Eventuell müssten auch einmal längst veraltete Gesetze überdacht und neue Vorschriften ins Leben gerufen werden. Selbst ein Gewässer wie der Rhein mit seinen gigantischen Wassermassen leidet zunehmend unter der Ausbeutung. Immer mehr Angler zieht es an diesen Strom, der bekannt für seine guten Fischgründe ist. Hinzu kommt noch ein großes Problem mit Zuwanderern, die oftmals noch nicht einmal einen Angelschein besitzen und den Fischfang wirklich als Nahrungserwerb betrachten. Die fatalen Folgen werden immer deutlicher und an Handlungsbedarf mangelt es nicht. In diesem Sinne, Good Dive und Petri Heil! Die fatalen Folgen werden immer noch nicht mehr als Nahrungserwerb betrachten. Die fatalen Folgen werden immer noch nicht mehr als Nahrungserwerb betrachten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020